Es geht ab in Wund um zu wandern, zu erkunden, zu entdecken, zu werkeln, zu sammeln, verlassene Orte abzuchecken, um zu entspannen und auch um Spaß zu haben, die Freude an der Pracht von munter Natur und ihren Gaben. Der läuft hier öfter lang. Ja, ganz jung, bestimmt gar mal 40 Jahre alt, der Sprössling. Hey, wisst ihr nicht, wer das ist? Was hat denn das junge Nadelholz nun wieder? Das ist ein Leichenfledderer. Was? Genau, ein Leichenfledderer. Und was haben die Böken jetzt? Der zieht gefallenen Kameraden die Haut ab. Genau, und bei meinen Kieferkollegen sägt er sogar Gliedmaßen ab, die er deins erkleinert und verbrennt. Ei, 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 das ist ja mal was. Da muss man ja was machen. Den hab ich mal knapp verfehlt. Hä, das waren doch bestimmt 30 Monate zu spät. Sag ich doch knapp. Ho, 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 ho! Bis zum nächsten Mal.